Die Mutter sieht wohl schön aus. Schwarzer Teufel. Komm her! Fein! Wie viel wollt ihr eigentlich für Monty? Das weiß ich nicht. Feiner ist es. Weißt du, Lana hat das? Jetzt müssen wir ja nicht weiter gehen bis zu euch. Ja, Monty ist süß. Ja, ist die Kamera entdeckt? Uh, was ist das denn?